Hallo zusammen, ich wünsche euch einen wunderschön gemütlichen dritten Advent. Heute gibt es ganz tolle Produkte zu gewinnen, wie ich ja bereits die letzten Sonntage erwähnt habe, wird es von Woche zu Woche schöner. Und heute sind es Produkte, die ich wirklich super super toll finde und ich glaube, da werdet ihr euch auch wirklich darüber freuen. Und zwar verlose ich von Alessandro eine Hand Creme und eine Hand Peeling einmal hier, ja, Hempseed. Heute schaut es euch an, ihr könnt euch vorstellen, was das für ein Gras ist, auf Deutsch gesagt. Das hatte ich mal in einer Glossybox drin. Hier sind 75ml drin und die kostet 10€, wenn ihr die kauft. Für mich aber, ich mag keine Hand Creme, deswegen gebe ich die gerne, gerne weg. Die ist auch noch so gut wie ungenutzt, also wirklich ungenutzt. Und dann habe ich hier von Alessandro noch ein Hand Peeling im Duft Pashmina. Das sind 55ml und das kostet so um die 9€. Auch noch gar nicht geöffnet, das heißt, ihr habt hier ein schönes Doppelpack. Einmal das Peeling und einmal dann die Hand Creme, um eure Hände im Winter schön zu pflegen. Dann kommt noch ein kleiner, einfacher Nagellack dazu. Den hatte ich ja auch in meiner letzten Pinkbox. Ja, ich weiß, ich mochte den nicht so, aber ich denke, da draußen machen vielleicht viele, die schöne Nägel haben, sich auch gerne einfach mal so einen French. Und da ich das nicht so oft mache, weil ich eher mit Gel arbeite, denke ich, kann ich, passt der auch noch ganz gut dazu. Das heißt, nach dem Peel und nach dem Eincremen oder vorm Eincremen schön die Nägel machen und dann seid ihr noch fast schon wieder komplett, oder? Und wie in allen Päckchen natürlich wieder 2, 3, 4 kleine Produktproben. Hier packe ich euch diesmal von Paul Mitchell ein Vaxworks rein. Das ist ein Strukturgel sozusagen. Und dann hier nochmal das Gleiche. Ich denke, damit werdet ihr viel Freude haben. Und wenn ihr es nicht gebrauchen könnt, gibt es einfach euren Freund. Der wird es auf jeden Fall verwenden können. Und dann packe ich hier noch so 2 kleine süße Probelippenstifte rein. Das Paket hat einen Gesamtwert von über 20 Euro. Ich denke, das ist ein schöner Wert für den 3. Advent. Und was ihr dafür tun müsst, das könnt ihr euch schon denken, oder? Um gewinnen zu können, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr euch für die Welt wünscht. Was ihr euch für eure Mitmenschen wünscht, was besser werden kann und was besser werden soll. Damit wir zusammen, wir alle auf der ganzen Welt in den nächsten Jahren noch wunderschöne Weihnachten haben werden. Und unter den Leuten, die da ganz liebe, tolle Kommentare geschrieben haben, werde ich dieses kleine süße Beauty-Paket verlosen. Das Gewinnspiel geht, wie immer, bis kommenden Freitag. Da werde ich es dann auslosen und auf meiner Facebook sowie auf meinem YouTube-Channel bekannt geben. Also, fleißig mitmachen, das Video teilen und liken, damit auch andere mitmachen können und davon erfahren. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen 3. Advent. Bald ist Weihnachten. Ich hoffe, ihr könnt euch zu Hause gemütlich in eure Decke kuscheln. Mal wieder mit einem warmen Kakao oder vielleicht auch mit einem leckeren Chai-Latte. Und mit so einem leckeren Plätzchen. Genießt die Zeit einfach in der Familie, denn es ist die Zeit der Liebe und der Fürsorge. Und Geschenke geht es eigentlich nicht so wirklich. Also, wir sehen uns an die Tage und es freut mich sehr, dass ihr mitmacht. Bis demnächst. Eure Sandra.